Für heute haben wir uns eine Challenge überlegt, die es noch nie, noch nie auf YouTube gab. Ich denke alle, ihr kennt diese Wasserflaschen und die Aufgabe ist es, wer es zuerst schafft, diese drei Flaschen mit einem Wurf zum Stehen zu bringen, der gewinnt die Challenge. Und der Verlierer muss im Nachhinein dann den schärfsten Döner der Welt essen. Und wir haben sehen, was dann passieren wird. Was? Kann ich sagen? Lass uns die Spiele! Beginnen! Beginnen! Ich beginne, oder? So, mal sehen wir, wie viel ich schaffe. Okay Leute, na zwei hast du zu bleiben, was wir machen. So, mal sehen wir. Die Döner essen, was sie muss, sie muss die Döner essen. So, wir sind gerade hier am Dönermann, und wir sehen uns jetzt den schärfsten Chili-Döner der Welt. Scheiße. Alles richtig? Alles schön. Alles schön. Ja, ist sie noch? Ja, okay. Kilo? Ja. Drehen Sie kurz in die Kamera bitte. Ja. Ah, lecker aus. Wie ihr Chili als Fleisch? Ja. Also, das ist drei Minuten Zeit, wie die Döner im Auto ist. Schau dir was an. Alles voller Chili. Das ist nicht normal. Ich hasse Chili. Und ja. Eins. Zwei. Eins. nachher. Ja. Ja. Alles. Ich habe das Gefühl, ich bin ein paar Sachen. Ich habe das Gefühl, ich bin ein paar Sachen. Das war's für heute. Bis dann, bis dann, bis dann, bis dann.